So Leute, da bin ich wieder zurück und ihr seht schon, gleich hat der ein oder andere dasselbe Problem wie ich hier gerade, aber ich habe natürlich wieder die Lösung für euch, nämlich wenn wir ja alle drei Aufträge abgeschlossen haben, sollten wir ja wieder dann zurück zu RAS zurück, aber wir haben diesen Anzeigefehler, wir müssen nicht zu Dispire, wir müssen auch nicht an die Türme, sondern wenn wir hier drauf gehen, es wird nur nicht angezeigt, müssen wir halt hier hin. So, ich werde das Ganze mal demonstrieren, ich hoffe nur, ich habe recht, genau wissen tue ich es nämlich auch nicht, ich habe nur gerade den Anzeigefehler gesehen und ich denke mal, dass der ein oder andere genau das Problem hat, dass er dann nicht mehr weiß, hä, wo muss ich denn hin und für alle die dies wissen, alles klar, danke, dass ihr da wart, trotzdem gerne Like da lassen, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben auch junge Zuschauer und selbst ich war nämlich gerade im überlegen, hä, muss ich jetzt da hin oder nicht? Weil angezeigt wird es diesmal nicht, also wir fliegen erstmal zu RAS zurück, der ist natürlich da, wo ich jetzt markiert habe, bei Colossal Groups, so, na, Gegner ist auch schon da, ich hoffe, er lässt ihn leben, er zieht durch, ab zu Dispire, fortfahren, fortfahren, zack, dann haben wir nämlich die Aufgabe jetzt doch erledigt und damit haben wir die Verkleidung, zack, Stilführer, bla bla bla, zack, da kommen die nächsten XP, da kommen die nächsten V-Bucks, Gott, ey, wie schnell ging das denn jetzt? Aber ich hoffe, den einen oder anderen konnte ich damit weiterhelfen und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß mit den Aufgaben, eine Mission habe ich jetzt auch noch vor mir und das ist nämlich wieder 5 Missionen abschließen und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut herein!